Sehr verehrter Preisträger, liebe Jurymitglieder, liebe Kollegen und Kollegen, es ist mir eine große Ehre und Freude, Ihnen als Algorithm Watch zur Verleihung des Bundespreises Verbraucherschutz gratulieren zu können. Verbraucherschutz ist immer dann gut, wenn er den Menschen hilft, wenn sie dadurch ihre Rechte kennen und so im besten Sinne geschützt sind. Das gilt selbstverständlich auch für den digitalen Raum. Ihre Organisation strebt in diesem Sinne an, die neuen Technologien und algorithmischen Systeme den Menschen zugutekommen zu lassen. Sie legen Strukturen offen, sie machen in einer komplexen digitalen Welt Prozesse transparent und vor allem nachvollziehbar. Ihre Forschungsarbeit macht damit unsere Gesellschaft gerechter, demokratischer und vor allem nachhaltiger. Das kann nicht genug gewürdigt werden. Ich danke Ihnen und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg bei dieser sehr wichtigen Aufgabe. Ihre Fählor Badenberg Ich danke Ihnen und ich danke Ihnen und ich danke Ihnen für Ihre Videos, Vielen Dank.